Gesundheitsminister Lauterbach will den Zugang zu kostenlosen Corona-Bürgertests künftig einschränken. Nur noch Patienten mit Symptomen sowie andere ausgewählte Personengruppen wie Kleinkinder und Schwangere sollen dann dafür noch in Frage kommen. Das ist Teil der Corona-Herbststrategie des Gesundheitsministeriums. Kostenlose Tests soll es außerdem in Pflegeheimen geben und in Krankenhäusern vor Großveranstaltungen und für Flüchtlinge aus der Ukraine. Ab heute beraten die Gesundheitsminister der Länder in Magdeburg über gemeinsame Anti-Corona-Maßnahmen. Die Infektionszahlen übrigens, die steigen weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017